Hallo Leute, es ist ein neuer Teil von Minecraftism. Wir sind jetzt hier bei der zweiten Folge stehen geblieben. Hallo. Und Chiara-HD ist auch dabei. Hallo. Genau, und... ... wurde wieder angestupst von... Wir... 10 Hälschen sind wieder im Zimmer. Nice. Wir brauchen wieder ein Flugzeug. Das arme Flugzeug, wo ist es hin? Das ist ein Flugzeug. Es geht nicht mal auf dem Server. Ach, schade. Da wollten wir so ein Projekt machen, und da ist er nicht da. Kein Server, der nicht da läuft. Ich mach mal schon mal ein paar Öfen. Ich hab einen Öfen. Immer diese Chiara. Hashtag fehlt. Und den Hausbau betreiben wir, denke ich, in der nächsten Folge. Ach, echt in der nächsten Folge. Ich will jetzt Dias finden. Ich hab Dias. Erste Folge Dias. Tiki. Warho, Hashtag... Warho, äh, Warho3, äh, Warho4, Earlyball. Ja. Und nicht erste Folge tot. Hashtag Stech. Hashtag Stechpert. Bist auch irgendwie schon tot? Ja. Brauchen wir eigentlich Betten? Ich hab hier paar Schafe. Keine Ahnung. Ich kann sie eigentlich zu mir, äh, zu mir locken, und danach sie, äh, paaren. Aber Woll will ich nicht. Ich hab jetzt vier Wolle. Drei weiße, eine schwarze. Ich hab ein Wolle. Ein Wolle. Okay. Chiara. Chiara kann gut sein stolz. Manche, Freunde von mir zumindestens, die das gerade sehen werden, denken, hä? Als ob, also ich, ich hab noch eine andere Chiara, kenn ich, aus, aus meiner, äh, Parallelklasse? Keine Ahnung. Die werden denken, als ob ich mit ihr spiele oder so. Nein! Der Flugzeug ist online. Neuer Hashtag. Und dann wird's irgendwie Top Ten. Oder wie immer das nennen. Top 1. Ja. Der Flugzeug ist wieder knapp. wo bleibt er flugzeug ich habe die aus ich habe um ehrlich zu sagen habe ich nicht einfach nur gerade verarscht dass die kamera siehst du sie hinter dir die fahrzehrt die musik es ist ja was hat dauernd 10 7 seconds ist erst dann im blut also oben ich mache einen kleinen cut hier so leute es war ein kleiner bug oder keine ahnung was ja back von viel hd dass das ein flugzeug nicht mehr da ist ich habe hier noch mehr lava wurde das flugzeug entführen das flugzeug ja hier ist eine witch ich bin nicht tot flugzeug vor wen ich muss was essen ich habe direkt mein totem in die hand genommen ich habe keinen bock hier wieder hin zu laufen ich muss ja nämlich noch eine nacht schlafen ich hasse skelette die sind hier so op fliegzeug ich gehe mal lieber wieder hoch aber ich weiß nicht wo es nach oben geht das flugzeug ist zu mir geflogen flugzeug nein flugzeug oh knock off the sound ist weg weg scheißmusik ein bot also ich lasse meine bots auch mal austeilen ja echt schade jetzt hören wir die genesis musik nicht mehr ja ich werde ein hafen aus böten machen meine zuschauer die das gerade sehen würden sich denken was mit mir schief ist warum ähm wusstest du eichenholzboote oder halt boote an sich sind so wie ähm seerosen das meine ich damit ich brauche holz nein hab ich brauche einfach schon voll haus und blut ich trolle meinen see den see wenn du das sehen würdest ich brauche viel mehr holz ich kann meine koordinaten sagen ja ich schreibe sie mal in den chat warte ja ich will kurz an den rand aber vorher ähm glaube ich nicht ähm minus 282 62 und 72 warte ich kann man kurz noch vorher fernber von den raten auf den den kannst sie auch in den chat schreiben ich werde es schon ausgelaufen aber wieder da wo was hat er aber gebeten damit gibt es da und dort für mich nie wieder gut ist hier also um auswählen und einer strikt sie ich denke dinge auch ich brauche holz ich brauche uns nicht eigentlich was zu essen hast du recht nicht ich hab nix mehr wieso hat er uns wieso hat er uns kein holz mehr äh essen in die kiste gelegt das frage ich mich auch wir haben so viel aber kein holz ich will mein holz wie viel leder hast du eigentlich schon ich hab noch immer gleiche ich hab jetzt denke ich neun gleich habe ich mehr hier sind äh kühe jetzt habe ich zehn also in der kiste sind bei mir noch welche auf jeden fall werde ich das jetzt essen auch wenn ich nicht brenne aber das ist ja war ein problem äh essen problem wie war ach ne es ist hast du wolle oder so zum bett ich hab eine wolle ich kann dir gleich meine wolle geben danach hast du auch ein bett fast ok also ich hab vier wolle so ok ähm schon zehn minuten gehen hat noch haben äh ja wieso nicht ich werde dich schon nicht wollen werde ich in den ersten 20 folgen eh nicht ok 20 fand schon ein bisschen übertrieben ich brauche einfach nicht so lange du nicht ich erzähle dir nicht wie ich dich schon werde es wird noch lustiger ich glaube ich gebe meine koordinaten nicht ey du kannst mich auch trollen du hast auch meine koordinaten ja auch wahrscheinlich schreibst du diese 999 auf ne ja wahrscheinlich keine Ahnung warum ich brauche wieso bin ich jetzt reingesprungen ich brauche noch mehr holz das holz für 99 euro je 98 und 70 statt 99 schuld treuer ja normal bei dir komm ich kein holz ja aber wenn du mir ein holz gibst kriegst du einmal armdoodler armdoodle armdoodle fusionfall äh timer ja ich jag schon alles in die luft als ob du schon TNT hast nein creeper ich dachte schon bitte lock zu mir keine creeper nein das klappt ein creeper ich brauche richtig viel holz ich baue dann alle boote ab die ich habe und danach schaue ich dich indem ich sie auf deinem see platziere schade schade ich glaube ich glaube ich glaube ich schade wieso nein noch nicht das mal ich kann schon mal ein bisschen TNT schmelzen TNT schmelzen ja das tue ich auch immer warte du sprengst nicht mein Haus nein Eisen Eisenerz schmelzen meinte ich damit so 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 wenn du das sehen würdest ich bin noch am Weg zu dir dann kann man sich nicht verfahren oder so da kann man sich nicht ertrinken lassen hat man immer eine Rettung bei mir ich denke ich mache das jetzt schon mal mit ähm wegen der Schönheit das äh mit dem Wasserfall mit dem Wasserfall mit dem Wasserfall ich mache das mal ja Flugzeug vor Wim mit dem 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 das muss so sein ich will kurz und endlich wasserquellen machen für mit dem mit dem mit dem mit dem ja ich will nicht immer nach oben laufen ich bin grad unten ich sage ich will nicht immer nach oben laufen das heißt ich bin eigentlich jetzt oben dann sagst du ach so du bist unten ja logisch klar 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 wir müssen uns dann betten machen weil dann sind unsere Bomben bitte ja hm und 2 2 2 2 2 und jetzt noch 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 dann wird es wieder ein Ort das war toll ich komme er was macht siehst du mich? Ich bin halt das große und... Ey hinter dir ist das Flugzeug! Siehst du, siehst du das Flugzeug? Hinter dir! Flugzeug! Das ist eindeutig ein Wasserfall, ne? Ja, ich komme da drauf So, ich habe es jetzt zu Ende gebaut Das ist doch ein... Was willst du? Du hast den... Du hast Falschschaden bekommen Weil ich auf dem Boot geschwunden bin Böse der Birg Dein Boot ist untergegangen Es ist ein Boot untergegangen Was? Du hast jedenfalls den Besten gemacht Da kann man sich nicht ertränken Und das ist noch so ein Jump One Ja, ich bin bei dir Drück mal 5 Ey! Müsst du wieder mitfahren? Ja! Ui! Flugzeug Juhu! Nein, das Flugzeug! Warte! Nein, das sind meine! Wenn du das machst, töt' ich dich! Wenn du das machst, töt' ich dich! Ja, 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 ja Geh aus meinem See raus Ich geh jetzt weiter Ja, dein Schild geht auch kaputt, ne? Ja, wenn ich... Dein Helm ist kaputt gegangen Kannst du jetzt mal aufhören Was ist noch kaputt gegangen? Ja, wenn du das so willst Was hast du mit deiner getan? Und dein Essen Hör aus! Ich bin ganz acht wieder, okay? Ja, da musst du ja schon herkommen Ich komm her Danke übrigens für das Glas Ey! Fingern weg Du hast sogar schon Steaks Hör auf Ja, ich ess die jetzt Lass meine Sachen Du musst erst mal kommen, ne? Ich komme ja gerade Ja Bist du sch... Ich such grad noch ein bisschen Du hast Glasscheiben... Wieso hast du Glasscheiben gemacht? Bist du blöd oder so? Ja, ich bin für meine Haustache Ja, ich dachte du wolltest den schwarz machen Ja, aber dabei mach ich sie weiß, bis ich es gut finde Du kannst doch einfach zu mir kommen Hahaha Gibst du mir dann wieder meine Sachen, wenn ich bei dir bin? In der nächsten Folge. Also noch 10 Minuten. Nee, Spaß. Die Folge ist eigentlich jetzt schon vorbei. Während du kommst, gebe ich sie dir schnell. Die Folge geht jetzt schon 19 Minuten. Das Boot ist einfach so... Da kann ich nicht mal raufgehen. Ich kann nicht mal einsteigen. Was hast du mit dem Boot gemacht? Ich kann es dir gar nicht mal verschieben. Ich will es aber auch nicht abbauen. Bist du da? Ja, ich such dich. Wo bist du? Ach so, da bist du. Ich bin da. Du wolltest es so. Komm her. Hier, komm. Warte, hier hinten. Okay, hier für dich, ne? Ich werf es hier hin. Ich habe nur einen Samt reingeworfen. Kann ich jetzt zu Lungen schlafen haben? Du hast mich gerade beschlagen. Ich war es hier. Warte. Das ist deins, das ist deins, das ist deins. Dein Steinschwert behalte ich. Ich muss es mir zusammen craften. Nein. Doch, habe ich schon. Ich meine, ich habe eh nicht viele Steinschwert. Deins, das ist deins, deins. Warte, hattest du dein Totem dabei? Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen Steaks. Davon. Das und das war's. Ne, warte. Das hier, das hier, das hier. Das Schwert ist weg. Kann ich mir eher ein neues craften? Musste ich mir, musste ich mir beschlagnahmen. Befehlst du dich jetzt ein Skritt? Nein. Ja, okay. Ich sag mal, das war's von dieser Folge. Hießen und abonnieren nicht vergessen. Falls ihr euch gefallen habt, lasst ein Like. Doch, abonnieren. Promotet mich. Promotet mich alle. Und sie nicht. Ey, Bootkampf. Ich hab nicht meinen YouTube-Kanal, also. Ja, trotzdem. Falls du bald einen hast. Nicht abonnieren. Alle Disliken. Haten. Man kann den ersten Boot nicht schlagen. Okay, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.